In der lektion von heute, in dem Kapitel von heute, vamos a hablar de Pronomes personales en acusativo. Personalpronomen acusativo. Was ist das? Zum Beispiel, wenn ich auf Deutsch frage, wo ist dein Handy? Die andere Person muss nicht wieder das Wort Handy benutzen, sondern kann Handy durch ein Pronomen ersetzen. Und sagt, ich habe es in meiner Tasche. Also benutze es statt Handy. Genau dasselbe können wir auf Spanisch machen. Und das lernen wir heute, wie machen wir das auf Spanisch. Die Frage, die wir stellen, um zu wissen, was ist ein Akkusativ in dem Satz, also wenn ich das Subjekt herausfinden möchte, dann frage ich wer, wer tut etwas. Wenn ich das direkte Objekt herausfinden möchte, das Akkusativ, dann frage ich was oder wen. Das sind wir heute, bei was oder wen. Auf Spanisch die Frage ist que, was. Oder die Frage ist a quien, wen. Por ejemplo, yo veo a Maria, ich sehe Maria, yo ist Subjekt, und a Maria ist das Objekt, wenn sehe ich a Maria. Wenn ich sage, yo veo la casa, yo ist Subjekt, Subjeto, und la casa, was, was sehe ich, que veo, was. Das ist Akkusativ, das ist das direkte Objekt. Und heute ersetzen wir dieses Akkusativ durch ein Pronomen. Es sagt, yo veo a Maria, ich sage, ich sehe sie, ich sehe Maria, ich sehe sie, ich sehe das Haus, ich sehe es. Muy bien. Wie sind diese Formen auf Spanisch? Auf Spanisch haben wir für die dritte Person, haben wir männlich, weiblich, Einzahl, Mehrzahl. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich sage, ich sehe ihn, auf Deutsch, ich sehe Pedro, ich sehe ihn, diese ihn auf Spanisch, das ist lo. Männlich, Einzahl. Weiblich, Einzahl, ist la. Männlich, Mehrzahl, ist los, und weiblich, Mehrzahl, ist las. Ich sehe Pedro, ich sehe ihn, lo. Ich sehe Maria, ich sehe sie, la. Ich sehe Pedro und Juan, ich sehe sie, auf Spanisch, los. Ich sehe Maria und Elena, ich sehe sie, auf Spanisch, las. Wo stellen wir diese Pronomen? Die Regel ist ganz klar. Die Stellung vor dem konjugierten Verb. Es gibt immer ein Verb in einem Satz, das konjugiert wird, nach der Person, nach dem Subjekt. Diese Pronomen stehen direkt davor, delante del Verbo konjugado. Por ejemplo, yo compro el libro. Yo compro el libro. Wenn ich el libro nicht wiederholen möchte, dann sage ich, yo lo compro. El libro, männlich, Einzahl. Yo lo compro. Yo compro la casa. Yo la compro. La, vor dem Verb. Yo compro los libros. Männlich, Mehrzahl. Yo los compro. Yo compro las casas. Yo las compro. Ich stelle dieses Pronomen vor dem Verb. Wenn der Satz verneint ist, yo no compro. Kein Problem. Die Pronomen stelle ich, wie gesagt, vor dem Verb. Yo no compro el libro. Yo no lo compro. Yo no compro la casa. Yo no la compro. Yo no compro los libros. Yo no los compro. Y yo no compro las casas. Yo no las compro. Was wir beachten müssen, ist, wenn wir, wenn in den Satz ein Infinitiv, also Grundform, vorkommt, dann haben wir eine zweite Möglichkeit. Da können wir, wie immer, die Pronomen vor, direkt vor dem Verb stellen, aber wir können auch die Pronomen anhängen, an dem Infinitiv anhängen. Einer von beiden, ja, nicht beide zusammen. Por ejemplo, yo no quiero comprar el pan. Ich möchte das Brot nicht kaufen. Yo no quiero comprar el pan. Dann ersetze ich el pan durch ein Pronomen. Mählich, einzeln, also lo. Yo no lo quiero comprar. Lo vor dem Verb. Aber da ich comprar in dem Satz habe, ein Infinitiv, kann ich auch sagen, yo no quiero comprarlo. Und das ist ein ganzes Wort, ja, alles zusammengeschrieben. Comprarlo. Elena tiene que ordenar la habitación. Elena muss das Zimmer aufräumen. Elena la tiene que ordenar. La habitación, weiblich, la tiene que ordenar. Elena tiene que ordenarla. Kann ich es anhängen, weil ich ein Infinitiv in dem Satz habe. Was a visitar a tus abuelos mañana? Willst du deine Kroselta morgen besuchen? A tus abuelos. Meldig, me a zahl. Si los voy a visitar. O si voy a visitarlos. Angehängt. Muy bien. Lo, das Pronomen lo, kann sich auf einen ganzen Satz oder auf eine Frage oder auf einen ganzen Sachverhalt beziehen. Por ejemplo, si yo pregunto, sabes que Carlos tiene un nuevo trabajo? Weißt du, weißt du, dass Carlos einen neuen Job hat? Und bei der Antwort sagt jemand, no, no lo se. Nein, ich weiß es nicht. Dieses lo, dieses es, besitze ich nicht auf ein bestimmtes Wort, besitze ich auf die Situation. Ich weiß nicht, dass Carlos einen neuen Job hat. No lo se. Besitze ich auf die Situation, auf diesen Sachverhalt, nicht auf ein bestimmtes Wort. Otro ejemplo. No lo entiendo. Ich verstehe es nicht. No lo entiendo. Dieses lo, besitze ich vielleicht, ich verstehe nicht, warum jemand etwas gesagt hat oder ich verstehe nicht, warum jemand etwas getan hat. Und ich sage, ich verstehe es nicht. Dieses es, besitze ich auf diese Situation, auf was jemand gesagt hat oder getan hat, nicht auf ein bestimmtes Wort. Noch ein Beispiel. Lo tengo que pensar. Ich muss es mir überlegen. Lo tengo que pensar. Dieses lo, besitze ich auf was ich überlegen muss. Muy bien. Pues ahora vamos con la práctica. Vamos con los ejercicios. Ejercicio número uno. Contesta las preguntas usando un pronombre. Ich stelle eine Frage für Spanisch. Sie müssen bei der Antwort Akkusativ durch ein Pronomen ersetzen. Zum Beispiel, wenn ich auf Deutsch sage, brauchst du morgen das Fahrrad? Bei der Antwort, ja, ich brauche es. Da muss ich nicht das Fahrrad wiederholen, sonst ersetze ich das Fahrrad durch ein Pronomen. Das machen wir jetzt. Ich lasse eine Pause zwischendurch, damit sie überlegen und dann sage ich die Antwort. Die fünf ersten Fragen, antworten sie positiv und die anderen fünf negativ. Uno. Necesitas la bici, la bicicleta. Bicis die Abkitzung von Bicicleta. Necesitas la bici mañana? Necesitas la bici, la necesito. Dos. Visitas a tus padres todas las semanas? Visitas a tus padres todas las semanas? Necesitas la bici, la necesito. 3. ¿Conoces a mi hermana? 4. ¿Ves a Pedro? 5. ¿Vas a comprar este coche? 5. ¿Vas a comprar este coche? 6. ¿Vas a comprar este coche? 7. ¿Lo voy a comprar? 7. ¿O sí voy a comprarlo? 8. ¿Ahora negativo? 9. ¿Tienes el móvil aquí? 10. ¿Tienes el móvil aquí? 11. ¿Tienes el móvil aquí? 11. ¿Ahora no lo tengo aquí? 11. ¿Vas a reservar una habitación? 11. ¿Vas a reservar una habitación? 11. ¿Vas a reservar una habitación? ¿Ves mucho la televisión? No, no la veo mucho ¿Conoces las películas de Pedro Almodóvar? No, no las conozco ¿Vas a pasar las vacaciones en Italia? No, no las voy a pasar en Italia O no, no voy a pasarlas en Italia Muy bien, pues hemos terminado Sigan practicando, sigan estudiando español Y nos escuchamos Adiós, hasta la próxima vez Con el primer ejercicio Yo voy a hacer preguntas Y ustedes o vosotros Tenéis que contestar con un pronombre Ich stelle eine Frage Und Sie müssen die Antwort geben Mit einem Pronomen Zum Beispiel, wenn ich sage Brauchst du morgen das Fahrrad? Ich lasse einige Minuten Damit Sie überlegen Dann müssen Sie bei der Antwort Ja, ich brauche es Ja, ich brauche es Oder wenn wir eine negative Antwort geben Nein, ich brauche es nicht Ja Die sind insgesamt Zehn Fragen Die fünf ersten Werden Sie positiv Also bejagt Beantworten Und die andere fünf Verneint Vima Ich lasse ein bisschen Zeit Damit Sie überlegen Und dann sage ich die Antwort Bueno Empezamos Uno Necesitas la bici mañana Necesitas la bici La bicicleta Ja, bici ist die abkürzen von Bicicleta La bicicleta Mañana Si Mañana la necesito Mañana la necesito Dos Visitas a tus padres Todas las semanas Visitas a tus padres Todas las semanas Si Los visito Todas las semanas Tres Conoces a mi hermana Conoces a mi hermana Si La conozco Cuatro Besa a Pedro Besa a Pedro Si Lo veo Cinco Vas a comprar Este coche Vas a comprar Este coche Si Lo voy a comprar O Si Voy a comprarlo Jetzt Fangen wir Mit Dem Verneinten Antworten Tienes el móvil Aquí Tienes el móvil Aquí No No lo tengo Aquí Vas a reservar Una habitación No 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 la voy a reservar O No No voy a reservarla ¿Ves mucho la televisión? ¿Ves mucho la televisión? No 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 la veo Mucho ¿Conoces las películas de Pedro Almodóvar? ¿Conoces las películas de Pedro Almodóvar? No No las conozco ¿Vas a pasar las vacaciones en Italia? ¿Vas a pasar las vacaciones en Italia? No 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 las voy a pasar en Italia O No No voy a pasarlas en Italia Ejercicio número dos Vamos a traducir al español Del alemán al español ¿Vos sin deine Freundinnen? Y sé Y sé NICHT ¿Vos sin Deine Freundinnen? Y sé Sí NICHT ¿Dónde están tus Amigas? No No las veo ¿Vos sin Nietos No las veo Seit wann kennst du Marta und Elena? Seit wann kennst du Marta und Elena kennst du seit der Universität? Seit wann kennst du Marta und Elena kennst du seit der Universität? Seit wann kennst du die Bücher von Isabel Allende? Nein, ich kenne sie nicht. 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 Ich kenne sie heute. Ich kenne sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.